Grüß euch meine lieben tausend PSTV Zuschauer! Die Schweiz kommt nach Italien auf die EICMA 2021, der Stand von X. Klassisch mit eurem Truck, wo die Leute oben runterschauen können auf die neuen Produkte. Du hast mir gesagt, was soll ich dir sagen, es ist alles neu. Liebe Ansem, begleitet mich jetzt durch die... Ich hab gesagt, schau, such dir drei Sachen raus, die du mir erklären willst. Und jetzt stehen wir hier frisch, fruchtig, sommerlich, weil ja doch auch irgendwann wieder der Sommer kommt. Wie heißen die beiden Modelle? Das ist Trigonis. Aber erstmal muss ich sagen, dass es mir schwerfällt, mich auf drei Produkte zu reduzieren. Aber ich fange mal mit der Trigonis an, weil das ist ein super Fahreranzug für den Sommer. Also wirklich, man sieht es auch schon an den Farben, dass es ganz frisch und sehr, sehr modern ist. Und einmal natürlich in der Passform im Schnitt für die Frau und natürlich auch in Passform für den Mann. Das Ganze natürlich mit der klassischen Protektorenausstattung. Die sind auch verstellbar. Aber es sind auch viele kleine technische Features drin. Also wir sehen hier zum Beispiel an den Schultern ein Kunststoffmaterial aufgespritzt, auch an den Ellbogen oder an den Knien. Und dieses Kunststoffmaterial, das gibt nochmal zusätzlichen Abrieb. Also das soll dann helfen, wenn man einmal rutscht, dass da noch mehr Material ist, das weggeschliffen werden darf. Genau, genau. Und dann sind natürlich große Meshflächen hier drin. Und das ist auch wichtig, wo wir die positioniert haben, weil du hast ja auch immer noch ein Cockpit und der Wind wird hochgeleitet. Das heißt also, wenn du jetzt in dem Bereich Mesh hast, hilft dir das gar nicht. Da ist noch ein Tankrucksack und das Cockpit davor. Und in dem oberen Bereich, im Achselbereich, im Innenarm, wenn du so eben halt fährst, dann hast du auch eben halt die perfekte Luftzirkulation in so einem Fahreranzug. Klingt logisch. Ja, und das ist ein absoluter Kracher. Und da haben wir natürlich auch noch andere Farbvarianten. Also wir haben für die 22er-Kollektion auch darauf geachtet, dass wir mal aus diesem einerlei Schwarz und Schwarz-Grau rauskommen, sondern wir haben Aquatöne für die Frauenbekleidung. Wir haben auch im Herrenbereich Erdtöne und so weiter. Also wir haben alle möglichen Farben auch neu ins Leben gebracht, damit mehr Power und mehr Spirit so in der gesamten X-Kollektion ist. Ja, aber ich finde, die schauen einmal natürlich zum Herzeigen großartig. Ich bin auch immer eher so ein helle Farben- und ein bisschen Farbakzente-Typ. Aber wie ihr wisst, es wird ja jetzt kalt und du hast auch, glaube ich, was vorbereitet für ganz Jahresnutzung. Genau. Also natürlich nicht nur eine Jacke, aber wir gehen mal zu einer, die ich dir zeige. Okay, in Ordnung. Gut, lieber Anselm, ich weiß, dass du die jetzt vorbereitet hast. Ich weiß sogar, was sie heißt. Lennig, gell? Genau. Das ist die Lennig-Jacke. Kannst du dir ein bisschen mehr begeistert sein, dass ich was weiß? Ja, passt gut. Erzähl dafür du was drüber. Perfekt. Genau. Und du hast ja gerade gesagt, wir waren gerade beim Sommerthema. Jetzt schauen wir mal auf ein Ganzjahresthema. Das ist eine Jacke oder der Lennig-Fahreranzug. Der hat jetzt eben halt eine eingearbeitete, wasserdichte Membran. Natürlich auch atmungsaktiv. Und wir haben besonderen Wert auf die Belüftung gelegt, weil du willst ja diesen Mix haben, bei Wetter gut geschützt. Aber im Sommer, wenn es heiß ist, soll auch eine gute Durchlüftung da sein. Das heißt, wir haben hier im Frontbereich zwei große Lufteinlässe auf jeder Seite. Du siehst hier im Innenarmbereich ist auch nochmal ein zusätzlicher Lufteinlass, Luftauslass noch am Rücken. Das heißt also, das Ding ist mega auf Belüftung ausgerichtet, aber eben halt auch wasserdicht, wasserdichte Taschen und so weiter. Und wie immer das Thema Sicherheit, was bei uns eben halt ganz groß geschrieben ist. Eine spezielle Verstärkung im Ellbogenbereich und im Schulterbereich durchs Material. Du siehst das an dieser kräftigeren Struktur. Und ein ganz besonderes Detail ist dieser Nahtschleifer. Und der Nahtschleifer sitzt eben halt in der Naht, in dem stürzgefährdeten Bereich, im Ellbogen. Und den haben wir abgeleitet aus dem Rennsport. Das heißt, wenn du jetzt stürzen solltest und du rutscht über diese Naht, dann... Die ist immer gefährdet. Genau, ganz genau. Die Naht kann sich eben halt schnell öffnen, wenn sie Abrieb kriegt. Und wir haben den Schleifer genau an der Stelle positioniert und der Abrieb geht jetzt auf den Schleifer nicht auf die Naht und du bist eben halt safe. Und das sind eben halt auch Technologien, die wir aus dem Rennsport eben halt ableiten und eben halt auch in die Touren und in die Textil- und Adventure- Bekleidung reinbringen. Und was natürlich hier auch noch ganz spannend ist zu sehen, auch hier sehen wir wieder Farben, die üblicherweise in der Vergangenheit in der Branche gar nicht existiert haben. Auch erdige Töne und eine ganz neue Richtung, damit auch eben halt mehr Power und mehr Pfiff in so einer Kollektion ist. Perfekt. Und ich schaffe jetzt sogar, lieber Hans, die Brücke zu unserem letzten Thema, das Klassik-Thema, weil man zuerst bei der sommerlichen Bekleidung schon männliches Modell und die Dame auch. Und ich merke, ihr geht es immer mehr in Richtung, dass man auch die Damen da ordentlich bedient mit guter Kleidung und mit gut sitzender Kleidung. Und ihr habt es nämlich ein laiundes Klassik-Modell für die Damen. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Okay, machen wir. So, und jetzt nämlich bei der Damen-Leder-Kombi Aberding steht nicht der Ansehen so nahe, sondern ich. Bei den Frauen bin ich immer näher. Nein, du kannst eh schon rübergehen, weil du erklärst die Details. Aber ich wollte jetzt auf alle Fälle noch einmal sagen, das schaut wirklich einfach nach Damenschnitt aus. Die Zeiten sind vorbei, wo Frauen Männerquandeln anziehen mussten und halt jetzt nicht die Körperbetonten bzw. nicht den Schnitt hatten, der ihnen gerecht wurde. Das schaut echt gut aus. Ja. Also das ist auch übrigens von Frauen für Frauen entwickelt. Wir haben nämlich vier Frauen alleine im Entwicklungsteam bei X. Und ja, hier kommt es eben auf eine besondere Linienführung an, dass ich entsprechend den Körper auch schön ausgeformt habe. Zusätzlich sind Stretchzonen auch drin, damit ich noch mehr Bewegungsfreiheit habe und auch noch einen perfekteren Sitz. Jeder ist ein bisschen individuell. Und ja, und das ist mit diesem Ding sensationell gut gelungen. Und es ist ganz, ganz feines Leder, also ganz weiches Leder. Gute Stretch-Einsätze sehe ich gerade. Genau, genau. Also wir sehen das hier im Innenarm, hier in diesem Bereich, im Frontbereich, in der Hose und eben halt auch hinten, hinten im hinteren Bereich haben wir auch noch Stretchzonen eingesetzt, sodass ich mich eben halt ganz frei auf dem Motorrad bewegen kann und mich wirklich wohl fühle. Trotzdem steckt natürlich das Thema Protektoren im Schulter, im Ellbogen, im Kniebereich drin. Aber ein besonderes Detail hast du jetzt vergessen, Gott sei Dank, weil es ist eine schwarze Kombi, aber sie hat den Zipp. Genau. Ja, das ist halt so ein ganz besonderes Detail, dass wir so einen High-Quality Zipper eingesetzt haben, der jongiert so zwischen Gold und das gibt eben halt auch so ein Produkt, was auf der einen Seite schlicht ist, eben halt noch so einen ganz besonderen Kick. Und da vertraue ich auch voll auf unser Damen-Team in der Entwicklung, dass die eben halt dieses Detail auch entsprechend rausgesucht haben. Und ihr habt eben noch ein Damen-Modell, da gab es aber das Herren-Modell schon. Und jetzt ist das Damen-Modell ganz neu. Genau, das ist die Stripe-Jacke. Das ist also eine etwas kernigere, aber trotzdem sehr softe Lederjacke. Und da steckt auch nochmal so dieses Thema der Sicherheit drin. Wenn du so eine Casual-Jacke siehst, eine Casual-Jeans, dann sieht das ja schon fast nach Freizeit aus. Du kannst dich auch so eben halt damit auch mal unabhängig vom Motorrad Schutzkleidung bewegen. Aber diese Jacke, die hat auch eine Triple A Baumusterprüfung, also diese Zertifizierung, die eben halt bei der Motorradschutzkleidung eben halt nötig ist. Allerdings auf dem Niveau von einer Rennkombi. Also wir testen diese Jacke auf dem gleichen Niveau wie eine Rennsportkombi auf dem höchsten Level. Das heißt Abgieb, die Abgiebfestigkeit, die Nahtreißfestigkeit, alles wird genauso geprüft. Das heißt, du trägst hier ein Hochsicherheitsprodukt, aber es fühlt sich nach Casual an, nach Freizeit und du hast auch diesen Look. Und das finde ich ist auch etwas ganz Besonderes, was auch im Trend liegt, dass du immer mehr, sag ich mal, auf der Kurzstrecke so Casual fährst und nicht in der Touren-Textilkombination oder in der Rennleder-Kombi für die Kurzstrecken. Also eigentlich ist das so die Zweitkollektion, die immer mehr Biker, genauso wie die Kevlar-Jeans auch im Schrank hängen haben. Aber ich finde, wenn es auch mehr, sozusagen nur diese Jacke verwendet, dann hat er eben die Sicherheit eurer richtig hohen Sicherheitsstandards. Und ich habe es von der Herrenjacke schon gewusst und jetzt hat es die Damenjacke auch in diesen hohen Standards. Ja, finde ich super. Danke, Hans-Heim. Ich glaube, du hast es wirklich großartig hinbekommen, uns drei Sachen super rüber zu bringen, weil ich bin schon nicht aufnahmefähig und ich glaube, dass viele andere auch nicht jetzt so viel bräuchten. Aber es zeigt eben dieses Repertoire von X. Ihr habt auch noch die Helme und ihr habt viele Handschuhe, die dann dazu passen. Aber diese drei Sachen, die wir jetzt hervorgekehrt haben und ich möchte es noch einmal erwähnen, wirklich viel für Damen, weil die Ulrike hat es auch vorher gesagt, dass jetzt schon von 12 Prozent der Anteil der Damen auf 20 ging und das wird dann immer mehr. Das heißt, die Damen fahren immer mehr Motorrad. Genau, wir haben alleine in unserem Katalog fast 70 Seiten Damen-Special sogar drin. Also da sieht man, dass du auch Handschuhe, Unterwäsche, wir haben sogar die Regenbekleidung speziell für Damen-Schnitte entwickelt. Das findest du ganz, ganz selten ansonsten im Markt. Ja, cool. Danke, Anselm. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. War, finde ich, sehr interessant, was er wirklich zu den Produkten Insidermäßig sagen kann. Eikmar 2021, wir haben natürlich noch viele andere Videos. Abonniert bitte deshalb unseren YouTube-Kanal, dann bekommt ihr alle sofort frei ausgeliefert. Kostet ja nix. Gebt dem Anselm und mir vielleicht einen Daumen hoch, vor allem aber natürlich den X-Produkten. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Anselm verabschiedet sich mit einem. Tschüss. Und ich tschüssi. Danke. Er hat es fast schöner gesagt als ich. Danke. 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 Danke.